Ich mach mal die Aufnahme an. So. So, willkommen Leute zu einer kleinen Runde Slender im Livestream. Das Ganze wird aufgezeichnet. Oh mein Gott, war da was? Weil es hier gleich total abgeht. Oh mein Gott! La la la! Ich muss weg! Da war jemand! Ich muss weg! Auf Wiedersehen! Taschenlampe aus! Da war jemand! Ich hab's... Nein, da war niemand! Nein! Ich habe gerade Pipi in den Augen. Da war niemand! Nein! Oh! Nein! Da ist keiner! Rechts ist keiner! Ah! Geh weg! Ich muss weg! Er verfolgt mich! Oh nein! Geh weg! Ich will dich nicht! Oh mein Gott! Hör auf! Mit diesen ekligen Geräuschen und dieses Rauschen. Rauschen! Geh weg! Ich muss weg! Ah! Ah! Wo wo? Oh mein Gott! Ich muss weg! Ich muss weg! La la la! Ja, die Taschenlampe aus. Dann kann ich mich nicht erschrecken. Was will der von mir? Kann ich jetzt überhaupt hier irgendwas machen oder muss ich jetzt sterben? Ja, voll eklig. Alles außer oben drehen. Guter. Gut. Oh oh! Bin ich eine Frau? Ich hör mich so komisch an. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Hör auf zu schnaufen wie so eine alte Schlampe. Wir sind doch nicht. Das ist doch kein Mann. Soll sich doch kein Mann an. Der hört sich an. Hallo? Oh! Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen von diesem Baum. Geh weg! Hör auf! Ich mag das nicht. Die ist voll das eklige Spiel, ist das. Er ist weg. Ich hab ihn abgelegt. Gleich steht er hinter dem Baum. Ich seh es schon kommen. Lauf ich die ganze Zeit im Kreis oder was? Hier kommt ja nichts mehr. Da ist wieder ein Zaun. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich hab null Orientierungssinn hier gerade, weil es zu dunkel ist. Das, die Taschenlampe geht nach der Zeit aus. Das ist ja blöd. Eieieieiei. War ich hier schon mal? Sieht alles so gleich aus. Ich seh vor lauter Bäumen den Wald auch gar nicht mehr. Oh mein Gott. Oh oh. War da jemand hinterm Baum? Nein, da war keiner. Nein. Hier ist keiner. Ich glaub, ich lauf auch nur außen rum die ganze Zeit. Ich sollte mich mal ein bisschen weiter zur Mitte begeben. Er sieht dich. Natürlich sieht er mich. Der hat voll die Vorteile. Der hat voll die... Was ist da hinten? Da ist ein Auto. Nee. Nee, nee, nee. Als ob ich jetzt zum Truck da gehe. Kannst du vergessen. Die lasse ich stehen. Ist mir scheißegal. Ob da irgendwas ist, da gehe ich nicht hin. Kurz vergessen. Daher kommt er aus dem Auto gesprungen. Oh mein Gott. Ist da ein Haus? Da ist ein Haus. Oh mein verfluchtes Gott. Oh mein Gott. Ein Haus. Wer geht bitte in Häuser? Das ist ein Klohäuschen, oder was? Machst du die Tür auf, dann steht der davor, oder was? Nee, nee, nee. Nee, nee, da... Auch wenn da eine Million Euro drin liegen würde. Oh oh oh. Halala. Hier ist niemand. Wo ist der denn? Wenn der jetzt rechts vom Zaun ist. Ey, ich dreh mich nicht um. Ich spiel nicht weiter. Ich spiel's nicht mehr weiter. Ist der rechts von mir? Ich guck da nicht hin. Ist der... Wo ist der? Ist der hinter diesem Baum hier? Nee, ich bleib hier stehen. Ich bin safe. Leute. Let's play Slender. Äh, Slender sehen wir hier. Ich steh die ganze Zeit hinter diesem Baum. Wenn der jetzt... Boah, nee. Hör auf. Oh, boah, boah, boah. Da war ein Arm. Da war ein Arm. Oh. Geh weg. Ich greif dich an. Komm, ey, du Wichser. No. Das ist voll das eklige Spiel. Click to continue. Kannst mich mal. Ich mach die Scheiße aus. Deinstallieren. Alt F4. Ganze Scheiße hier. Scheißspiel. Gefällt mir nicht mehr. Weg damit. Alt F4. PC ausmachen. Komm. Wir brauchen Licht. Oh Mann, oh Mann. 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 Vielen Dank.